Hallo und Willkommen zu meinem Kanal Darinas Deutsch. In diesem Video über Präpositionen mit Dativ erkläre ich euch die Bedeutung von der Präposition aus. Nummer 1. Ich spreche von meiner Herkunft, also woher ich komme. Zum Beispiel. Ich komme aus der Ukraine. Sie kommt aus Brasilien. Die Bedeutung Nummer 2. Etwas war drin in einem Objekt und ich nehme es heraus. Zum Beispiel. Ich nehme meinen Ring aus der Tasse. Oder auch ich trinke aus der Tasse. Nummer 3. Ich benutze die Präposition aus zur Angabe eines Grundes. Zum Beispiel. Ich hatte Angst und aus Angst habe ich alles vergessen. Oder wir helfen den anderen aus Mitleid. Nummer 4. Wir benutzen die Präposition aus zur Angabe eines Materials. Zum Beispiel. Der Tisch ist aus Holz. Oder mein Spielzeug ist aus Papier. Das waren alle Bedeutungen von der Präposition aus. Wenn ihr mehr Bedeutungen kennt, schreibt mir gerne das in euren Kommentaren. Tschüss!